Hallo meine Lieben und Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dieses Video wird ein bisschen anders. Es wird sehr verrückt und um ehrlich zu sein, weiß ich nur nicht, ob ich mich darauf freuen soll. Ihr habt natürlich auch immer ganz tolle Videoideen, die ich mir immer gerne anschaue. Zum Beispiel, wenn ihr mir Kommentare unter die Videos schreibt und unter anderem habe ich einen Kommentar gesehen, wo mir jemand vorgeschlagen hat, was hältst du davon, wenn du mal alle Schminkprodukte, die du besitzt, auf einmal aufträgst. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich irgendwie, das wäre eine mega lustige Idee und jetzt sitze ich hier und will dieses Video drehen und ich glaube, es wird nicht so lustig für mich. Für euch wahrscheinlich schon. Also mein Plan ist es jetzt, mein komplettes Make-up, was ich besitze, jedes einzelne Produkt in mein Gesicht zu klatschen. Hier hinter mir seht ihr meinen Schminkschrank. Der ist gefüllt mit meinem Make-up, allerdings nur mit dem geöffneten Produkten. Ich habe noch einen Riesenhaufen an Produkten, die ich noch gar nicht angefangen habe zu benutzen und die betrachten wir heute auch mal nicht. Oh Gott, Leute, das wird ein absolute Horror. Holt euch was zu trinken, holt euch was zu snacken. Ich habe mich hier auch schon mit Wasser und Chips versorgt. Keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Oh Gott, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich sehe gerade, dass ich zum Beispiel einen Concealer in allen Farben zugeschickt bekommen habe und ich habe einfach alle hier reingelegt. Das heißt, ich muss jetzt jede einzelne Farbe benutzen. Da sind auch so dunkle Farben und so falsche Farben dabei, die wirklich nicht zu meinem Hautton passen. Es sind wirklich mehr Produkte, als ich gedacht habe. Make-up, Base, Primer, 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 Primer. Wieso habe ich so viele Primer? Es ist eigentlich auch völlig egal, welcher Reihenfolge ich anfange. Also, was haben wir hier? Alleine das Gefühl, nur eine Schicht auf meine Haut aufzutragen, obwohl ich schon Make-up drauf habe, finde ich schon ekelhaft. Ich trage die ganzen Primer jetzt einfach schnell mit der Hand auf. Ein mattierender Primer, der kann auch nicht schaden, ne? Oh Gott! Das geht doch noch! Ich habe gerade mal zwei Produkte aufgetragen. Heieiei, mach doch nicht so viel dann davon. Ja, immer... Also, ich wette, du hast da nicht übertrieben krassen Ausschlag. Oh, guck mal, jetzt hier grün. Wieso ist das denn grün? Ja, weil das ist anti-rot. Tut mir leid, aber es gibt keinen Menschen, der sich irgendwas Grünes ins Gesicht schreibt. Doch! Okay, also, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, jetzt kommt Make-up. Aber da wird es wohl nicht beeinflusst, ich bleibe meine Damen und Herren. Und ich schminke mich jetzt einfach genau in der Reihenfolge, wie ich mich sonst auch immer schminken kann. Also, Primer haben wir drauf. Die zwei Produkte habe ich heute Morgen schon drauf gemacht. Versuche jetzt wirklich super, super wenig nur von jedem Produkt zu nehmen und dann einfach jetzt ein bisschen reinzuhauen. Oh, ein bisschen Camouflage! Super! Noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elfmal Make-up! Wie eine Make-up-Bratze! Aber dafür, dass ich so krass den Zeug über dem Gesicht habe, geht's doch, oder? Stell dir vor, sieht nachher so richtig schön aus! Rot! Hä, sieht noch voll okay aus! Ein bisschen braun! So, jetzt geht's los! Zeig mal, wie viele Concealer ich hier liegen habe! 26, 27, 28, 39, 31, 29, 30, 39, 40, 40, 40, 40, 41, 42, 43, 43, 40, glaube ich! Warum besitze ich 43 Concealer, kannst du das mal sagen? Boah, ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht! Ich wette, würde man was mit meiner super duper neuen Handy-Kamera filmen! Naja, das ist mein iPhone, das rastet übelst aus! Also, auf meinem Handy erkennt man's besser! Ja, Juli, bist du mein Kameramann oder was? Oh, wie? Aber was? Ist das jetzt nicht gut gefilmt hier so? Mach mal ein bisschen schneller, du, wenn du willst. Hallo, ich hab schon Muskelkarte an meiner Hand. Soll ich dir helfen? Ja, hier, stülp mir jedes Mal einen Punkt irgendwo ins Gesicht. Aber nur in den Concealer-Bereich. Wird schon viel zu tief. In den Concealer-Bereich? Du nimmst mir hier wirklich das komplette Licht. Nehm ich dir echt? Nicht da unten, da kommt kein Concealer-Bereich. Weiß ich doch nicht, ist doch scheißegal. Was ist das? Ein Spray? Nee, nee, das ist kein Concealer. Wie wenn du das alles gleich wieder aufräumst, ne? Ich frage gleich auf, okay, mach doch mal nicht mehr. Du weißt du was, mit dem dunklen Punkt hast du mir echt alles verkackt. Die sahen doch voll normal aus. Ja, ja, du sahst super aus. Der Verblender hat danach aber auch seine Verblendungszeit hinter sich, oder? Das wird immer ekelhafter, Leute. Alle Make-Ups, alle Primer, alle Concealer sind jetzt aufgetragen. Jetzt kommt Puder. Ich habe original wirklich nur zwei verschiedene Puder-Sorten. Oh, stopp. Krass, ich habe tatsächlich ein einziges Contouring-Puder nur. Ist mir gerade mal aufgefallen. Und das habe ich heute Morgen benutzt. Das heißt, das kann ich nicht mehr lassen. Danach mache ich meine Augenbrauen. Und Leute, ich schwöre, auch wenn es mir jetzt nicht glaubt. Ich habe drei Augenbrauen-Produkte. Ein Gel, ein Stift und ein Gel. Also so ein Gel-Mitärchen drin. Und die beiden habe ich auch heute Morgen schon benutzt. Das heißt, ich muss nur noch den auftragen. Ich feiere es gerade wirklich hart, dass ich nicht eine Million Augenbrauen-Produkte jetzt noch habe. Das sieht doch nicht richtig schlimm aus. Das lässt sich schon gar nicht mehr auftragen, weil es einfach nur noch wegflutscht, weil so viel Make-Up in meine Augenbraue hängt. Dann fällt mir gerade auf. Benutze ich normalerweise wirklich fast nie. Aber ich besitze sehr viel Rouge. Holy Moly, dieses ganze Ding ist einfach voll mit Rouge-Produkten und Highlighter-Produkten. Ah, okay. Wir packen jetzt einfach drauf. Jetzt kommen wir zu meinen Highlightern. Das wird lustig. Ein bisschen weit auf die Nase. Hier mache ich auch meistens immer ein bisschen was hin. Oh, ich habe fast nur flüssigen Highlighter. Vielleicht sollte ich den mal als erstes benutzen. Geil! Du, das macht doch Spaß. Was haben wir noch so im Angebot? Wir haben noch Lidschatten. Wir haben noch Lippenstift. Super viel Lippenstift. Und wir haben noch Mascara und Eyeliner. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem Lidschatten an. Ich habe hier einmal so eine XXL-Palette mit 120 Farben. Leute, da lasse ich mich nicht lumpen. Da ist nämlich jede knallige Neonfarbe drin. Ich tunke jetzt echt einfach überall einmal rein und drauf. Zack. Weil da jetzt ein schönes Augen-Make-up kriegen, Leute. Ich glaube, nichts hat weniger Sinn. Ich bin gespannt, welche Farbe am Ende rauskommt. Ich habe wirklich so viele Farben. Ich mache jetzt auf keinen Fall jede Farbe auf beide Augen. Sondern ich mache jetzt die Palette hier auf das Auge. Dann die nächste Palette aufs nächste Auge. Und Leute, ich verarsche euch nicht. Ich gehe wirklich in jede Farbe rein. Man kann das überhaupt nicht mehr erkennen. Die Decken einfach. Also die sind nicht so pigmentiert, die Farben hier. Super schön. Okay, erste Palette ist fertig mit den 60 Farben. Jetzt kommt die zweite Palette aufs linke Auge. Und damit haben wir die ersten 120 Lidschattenfarben aufgetragen. Nächste Palette. Boah, Leute, das staubt so sehr. Ich muss so krass nischen die ganze Zeit. Die Palette habe ich jetzt komplett hier aufs Auge gemacht. Dann nehme ich jetzt die nächste Palette und mache die auf meine linke Seite wieder. Und noch eine Palette. Boah, die Scheiße bröselt mir mein ganzes Gesicht. Ich mache mal die ganzen Paletten hier. Der Lio hat eine halbe Banane gegessen. Wow. Ja gut, Julian, ich habe noch ungefähr 1000 Schichten Lidschatten vor mir und 1000 Lippenstift. Macht dir Spaß? Ja gut, dann helfe ich dir mal. Ja, hier kannst du ein Lidschattenpinsel und hier das sind alles Lidschattenpaletten, die aufgetragen werden müssen. Jede Farbe einmal, oder? Oh, Lidschatten! Du kannst doch nicht mal Lidschatten unter mein Auge pinseln. Ja, denkst du, sie sieht gleich noch schön aus. Wovor kommen die Benutzten hin? Ja, ich habe hier keine Ordnung mehr. Ich wollte ein realistisches Foto am Ende machen, wie es aussieht, wenn man ganz viel Make-up benutzt. Aber kein Mensch schmiert sich hier Make-up hin. Ja, dann musst du nur mal neu machen, hast du recht, es ist wirklich viel cooler. Dann verblendest du das ganze Gedöns hier halt. Okay, super, vielen Dank. Alles einzig drauf. Was macht man denn mit so vielen Paletten? Ja, man hat verschiedene Farben für verschiedene Anlässe. Ach du Scheiße, sind hier viele Farben drin. Du siehst aus, als wärst du verkleidet. Welche Palette als nächstes? Ja, alle Paletten. Schläft der Lione, ne? Der sitzt im Waschbecken. Wie, der sitzt im Waschbecken? Welche Palette hat man schon? Die hier brauchen wir noch alle. Von der Gigi Hadet. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Ebbe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie genervt ich gerade bin. Und ich sitze gerade am Schnitt von einem Video und eine komplette Datei ist einfach beschädigt. Das hatte ich wirklich noch nie mit meiner neuen Kamera. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich kann sie nicht abspielen. Ich kann sie nicht abspeichern. Ich kann damit gar nichts machen. Das heißt, es fehlt jetzt einfach der komplette Part, wo wir die Lidschatten fertig aufgetragen haben und auch die Lippenstifte aufgetragen haben. Es tut mir echt mega leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das irgendwie, weil das ist wirklich eine Szene, die ich jetzt nicht einfach mal kurz nachdrehen kann. Mir ist gerade mal aufgefallen, dass die komplette Szene, wie ich alle meine Wimperntuschen und alle meine Eyeliner aufgetragen habe, auch danach noch kamen und jetzt auch weg sind. Das heißt, auch dazu habe ich einfach keine Aufnahme mehr. Das ist einfach wirklich so frustrierend, ey. Das war locker eine Stunde Aufnahmezeit, eine Stunde Videomaterial. Und die Kamera hat noch nicht mal einen Fehler angezeigt. Nichts. Das war alles so wie immer. Ich... Boah, ich reg mich gerade so auf. Also es war so, wir haben die ganzen Lippenstifte versucht aufzutragen und die sind alle natürlich so krass dreckig geworden, weil wir ja immer mehr und mehr aufgetragen haben. Und als wir versucht haben, die Lippenstifte nach dem Auftragen wieder sauber zu machen, sind uns mega viele abgebrochen. Und dann hatte der Julian die Idee, bevor ich jetzt alle meine Lippenstifte kaputt mache, einfach einen Lippenstift zu nehmen und den komplett auf meine Lippen aufzutragen, bis er leer ist. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das Endergebnis seht ihr jetzt. Sorry nochmal, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie abgefuckt ich gerade bin. Ich bin fix und fertig. Das ist mein Endergebnis. Ich glaube, in dem Video kommt es gar nicht so rüber, weil ich auch sehr viel spulen werde. Aber ich sitze jetzt seit über zwei Stunden hier und klatsche mir die ganze Zeit nur Make-up ins Gesicht. Mir juckt alles. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe ganz viel Staub und alles Mögliche im Auge. Ich freue mich einfach nur darauf, mich jetzt wieder abzuschminken und hoffe, dass ich einfach alles wieder abbekommen werde. Es war eine sehr dämliche Idee. Danke an die Zuschauerin, die diese Idee in die Kommentare geschrieben hat. Und danke an mich selbst, dass ich so blöd war und darauf eingegangen bin. Du siehst aus, als hätte dich jemand besoffen angemalt. Oh, fein. Eieiei, das ist ja nicht mehr lustig. Das poste ich auf Instagram. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh, ich habe so viel Liebschatten im Auge. Es bruselt gerade so krass in meinem Auge. Ist jetzt vorbei, das Video. Ich habe noch genau ein Abschminktuch. Ein Tuch? Ne, ich habe noch so flüssiges Abschminkzeug. Da geht ja überhaupt nichts ab. Ja, sieht das nicht immer so bei dir aus? Nein, das sieht nicht immer so aus. Ich glaube, ich bräuchte jetzt eher 20 von diesen Tüchern. Leute, das war einfach die dümmste Idee auf der Welt. Ja, ich habe dir von Anfang an gesagt, dass es dumm ist. Ich habe dir das Ganze gesagt, dreh es nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, stimmt. Der Julian fand die Idee super lustig. Ich fand es witzig. Ja. Gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen und unterhalten hat. Schaut unbedingt bei Julans Video vorbei. Ist der erste Link unten in der Infobox. Und ich gehe mich jetzt abschminken und mache mir eine Maske ins Gesicht. Tschüss. 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 Tschüss.